Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Shadowrun Returns. Wir sind immer noch in diesem spannenden Kampf gegen diese dreckigen Viecher und wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. So, du bist noch gut im Zielen, von daher mach das Drecksvieh fertig. Komm schon, das schaffst du Babe, das schaffst du Babe. Äh, nicht so gut. Dann muss Alex also mal wieder ran, wie immer. Äh, so, ja. Genau. So, jetzt können wir auch die Runde beenden. Genau. So, Mary-Louise, da sind wir wieder. Heilung ist immer noch nicht angesagt. Schlecht, das ist schlecht, schlecht, schlecht. Was ist höher? Ne, das ist wirklich noch höher, der Schaden, also die Wahrscheinlichkeit, das zu treffen. Na dann. Das war's. So, Mary, du gehst weg, weg. Du gehst weiter. Auf jeden. Soll das Vieh uns auch hinterher kommen. Und ich positioniere das so, dass es uns schützen kann. Was macht das Vieh? Es folgt uns. Selbstverständlich folgt es uns. Killer. Noch einmal beschießen. Und flüchten. Oh, hab ich mich selber getroffen? Das war unklug. Egal. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Lädt sich schon wieder auf. Schnell, 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 schnell. Mary-Louise, I found you. Baron Samedi? Was zum... Hakim? Is that you? Komm, Samedi, please. We are an unsecured node. Hang on. I'm running a decoy operation with a murderous utility to mask you so the rest of the Brotherhood's grid doesn't swarm you with ice. Okay, irgendwer, der ihr hilft. Ist das nicht einer... Ach, unser Midi. Es klingt irgendwie aus James Bond's GoldenEye oder so. So sah da einer aus. Egal. How did you find me? You'll leave a very distinctive trail, ML. You need to work on that. Now, what the hell is going on here? There's no time. The next level of the universal Brotherhood is always talking about. I think they transform into bugs. I heard some rumors on Shadowland, but this is worse than I thought. I warned you about these people. You've got to get out of here. Warum werden die auf einmal so wichtig? Was ist das denn für ein Drehbuch-Twist? Auf einmal wird sie mega wichtig innerhalb von ein paar Sekunden? Jetzt taucht noch einer auf den sie kennt, um den ich mich jetzt auf einmal interessieren soll? Ein bisschen sehr plötzlich für das Skript. Way ahead of you. This node controls the doors. We are free. Now we just need to get out of you. I'll see you soon. I hope. Tell the leader of a rider-team with you to contact Baron Samedi in the Matrix as soon as we can gain access. Tell them I will be looking for them. Scheinbar. Oder wir müssen da rein? Ich hab keine Ahnung. Also müssen wir alle mal woanders hin. Öffnen wir mal die Tür. Das ist eine gute Idee. Japp, da kommen wir raus. Perfekt. Auf Marie müssen wir aber aufpassen. Von daher nicht zu weit rein. Tja, Falk hat die 3 AP. Der kann schön weit rennen. Du kommst leider nicht so weit. Egal. So viel Schaden können die Viecher eh nicht anrichten auf einmal. Alex ist direkt erstmal direkt vor der Tür. Oh oh. Huh, ich dachte so schnell geht auf sie. Das ist ja uncool. Haut es ab? Was zum Teufel? Egal, scheiß drauf. So, kurzer Rock. Hier lang. Tür öffnen. Perfekt. Und so muss ich jetzt alle loswerden. Also so muss ich jetzt alle losschicken, meine ich natürlich. So, Alex auch weg. Falk auch weg. Ah. Er schafft es sogar auch. Tatsache. Oh Gott, nur noch sie. Äh. Macht nix? What the fuck? Ist ja auch scheißegal. Weg hier. Das haben wir wohl überlebt. Marilise is putting on a tough face, but you can see she's spooked. Thanks for the rescue. I'm getting the hell out of here. Ja. Hau lieber ab. Halt mal. Was zum Teufel war das? She's glassy-eyed. Maybe in shock. That was... I don't know. That was bad. Really bad. I'm out of here. Sorry. Hey, wir werden ein paar Antworten, wer du bist und... Sie hat mir nicht mal gesagt, dass wir jetzt diesen Baron Zamedis... The image that suddenly lights up your comlink is clearly a non-standard transmission. Whoever it is, they are using the Matrix to tightbeam their avatar's face instead of their own. You can tell that the voice has been modulated to disguise it. Ach so. Dieses Bild steht nur ein avatar da und nicht die echte Person und selbst die Stimme wurde modifiziert. Also nur ein Hacker könnte das. Bonsoir, mon ami. You must be careful with these devices. They can be hacked if you're not careful. Wer bist du und wie hast du diesen Code bekommen? Forgive me. I'm the Baron Zamedi. Perhaps you have heard of Zamedi. He is a deck of unique gifts. Some have gone so far as to call him a Technomancer. Okay, er ist wohl der ultimative Hacker oder so. Vielleicht kennen den Shadowrun-Fans. Ich persönlich jetzt nicht. We too. We have a common knowledge now and we share a common purpose. Okay, wir haben ein gemeinsames Ziel. Hm. Ich höre. But girl, she's important to Zamedi. He's grateful for your timely assistance to her and he finds himself in a position to return a favor. Zamedi knows the one you are after. He knows. And he can help you get to her. But this calm link, it's not a secure connection, is it? No. We need to meet face to face, so to speak. In cyberspace. Also er ist uns sehr dankbar, dass wir ihr geholfen haben und möchte uns den Gefallen erwidern. Wir müssen uns irgendwo in Cyberspace treffen, also in der Matrix. Was hast du hier in diesem Geschäft zu... Was hast du damit zu tun? Well, one year after poses a grave threat to many. But I bet it's for later. We must hurry now. Der hinter dem wir her sind, also Lynn und Jessica Watts, sind anscheinend eine große Gefahr für viele. Suddenly, the Baron's flowery speech is gone and he's all business. Get to the secure jackpoint. Enter Shadowlands. I will meet you there. Bon voyage. The Baron grins and his image flickers away. Shadowlands, huh? Was ist das? Achso! Oh! Ach, ich kann mich wieder bewegen. Okay. Ach, diese kaputte Leitung ist das. Verstehe. So, verspeichert. Was geht hier? Hier geht gar nichts. Also hauen wir ab. Bestimmt zurück in die Seamstress Union, oder? Wohin sonst? Da kann man super... Ja, so siehst du. The Union. Getting justice for Sam is going to take more effort when on it originally appeared. You didn't anticipate his killer being protected by a cult filled with giant unkillable bugs. But she is. And if you are going to get her, you are going to need to find a way around. Or through. Those bugs. Ja, irgendwie müssen wir diesen Kackkäfern vorbeikommen, die rein zufällig unsterblich sind. After a taste of a belonging that the Universal Brotherhood offered, the sorted surroundings of the Seamstress Union feel more like home than ever. Ah, home sweet home. Find Johnny in the safe house. Okay. Hey Kubota, mal nix zum reden. Coyote, alles klar bei dir? Coyotes face is pale and her voice is slow, shaky. What the hell was that back there, man? Just what the frack was that? Sie will wissen, was zum Teufel das war. Käfer. Grießige, verfickte Käfer. And Sam's sister is the leader. If I didn't see it, there is no way I'd believe it. Giant unkillable bugs. She shudders. Shakes it off. Fine. Whatever. I want the woman dead now more than ever. If you go after her again, you think of me, okay? I'll be around. Locked and loaded. Ah, sehr cool. Also sie will auch weiterhin an meiner Seite sein. Vor allem gratis. Sau cool. Werde ich machen. Okay. Later. John Bartlett Cherry Bomb. Was geht? Hey there, Alex. Johnny Clayton asked me to flag you down the minute I saw you. Said he's got someone who wants to talk to you. He sounded a little freaked out about it. He's waiting for you downstairs. Äh, I can't remember. He made it sound like royalty. You know someone called the Duke or something like that? Maybe, yeah. Gotta go. I've gotta get these people drunk. Oh man, you're looking to hire the best? Or for some common rebel? Natürlich will ich nur die Besten anheuern. You got it. Look up the Nephilim Network next time you're hiring. You won't be sorry. Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Ich... Ja, ich nehme sowieso am liebsten das Nephilim Network. Die sind total cool. Bobby? Mr. Johnson? Lauter neue Leute. Oh Gott, das sieht ja aus. The man sizes you up as you approach. His carefully groomed hair and the shine on his shoes seems out of place for the barons. I look viel zu gepflegt für die Nord. Hey, you're looking for work? I got a little something, if you're up for it. It's a milk run. Okay, ein Milchlauf. Okay. Huh. Ich bin immer dabei, wenn man bezahlt wird. He grins, exposing a set of unnaturally white teeth. Viel zu unnatürlich weiße Zähne, also. Wavy. The job's a simple extraction. The people I represent are interested in acquiring the talents of a scientist named Sada. Unfortunately, Mr. Sada is currently engaged with Renraku, which means he's engaged for life. But it doesn't sit well with the people I represent. They see it as a subversion of a free market. Okay, irgendwelche Leute, die ihn bezahlen wollen, einen Mr. Sada, der derzeit mit den Renraku arbeitet. Und das heißt, er arbeitet für immer für die. Und die Leute, die ihn bezahlen wollen, das ändern. Er, also soll ich ihn kidnappen? He flashed his pearly whites again. Okay, dieser Sada wird in dieser Nacht noch weggeschifft für irgendeine komische Aktion. Und deswegen müssen wir noch in dieser Nacht ihn retten. Oder kidnappen. The place should be lightly guarded. Probably rent the cops. Get in, grab Sada, get out. In the exchange, I'm authorized to remit 9,000 Nguyen in repayment. He fixes you with a hard stare. I'm not, however, authorized to renegotiate. 9,000 Nguyen für den Job? Hmm. Gerne. We pay on delivery, friend. That's how it always works. Okay, gate Estana, verdammt. I'll send the lab's location to your PDA. Hire a team and head there right away. Liberate Sada and deliver him to my employers. We will have a car waiting outside the lab when you're done. Once Mr. Sada is on his way, meet me back here for payment. Okay. Cool. Gut. Jetzt müssen wir also Mr. Sada bescheiden. Ein kleiner Shadowrun job. Oh, cool. Wer ist denn Bobby? Yo, guy. Have we met? You look familiar. I meet a lot of people. No problem. You need some brainbenders tonight? I get some of that Merc stuff. Freakers, taxi drivers, you know. Okay, der verkauft wahrscheinlich Drogen. Kann ich dir vertrauen? Nobody's more trustworthy than old Bobby. Kupota wouldn't let me in the place if I wasn't legit. Okay, er scheint wohl für einen Dealer ganz in Ordnung zu sein, aber... Ich brauche gerade kein Dealszeug, danke. Ah, ich habe noch hier diesen Force 4 Abonimation Elemental Fettish, mit dem man so Viecher beschwören kann. Da kann man mal direkt mal verkaufen. Eigentlich kann ich die AK auch verkaufen, ne? Ich benutze doch eh nur die FNH. Jo. Sonst was? Nö, den Rest behalte ich. So. Vielleicht gibt es hier auch neue Waffen und so. Das wäre natürlich super arschcool. Apropos, ich sollte vielleicht mal wieder Karma verteilen. Oh, 14. Ja, es wird Zeit. Es wird definitiv Zeit. Ranged Combat. Yep. Und jetzt können wir auf Rifle. Punkt 6. Das nächste bringt... Increases Chance of Critical Hit. Reduces the Accuracy. Ah, dann haben wir auch so dieses... Auf den Kopf zielen. Finde ich gut. Okay. Increases Chance of Greater Normal Damage. Also je höher der... Rifle auch ist, desto höher ist die Chance auf kritische Treffer und so oder generell mehr Schaden. Sehr cool. Und gerade Elfen können maximal auf Gewehre gehen, auf Elf. Na, ist doch perfekt. Ist doch genau unser Ding. Perfetto. Fangrass. Ob der uns wieder Geld gibt? Hallo, Stranger. Ich bin jetzt gerade busy. So, ich hoffe, dass du etwas wert hast, dass du meine Zeit verwendest hast. Wie geht es mit einer Liste von allen Politikern, die die Universal Brotherhood hat bribed? Eine Liste mit all den Politikern, die die Universal Brotherhood bis heute geschmiert hat. I could certainly find someone interested in that information. Will it take some network to verify the veracity of such a list? How about 2000, New Year? Zum Glück habe ich... Zum Glück habe ich die Etikette der Shadowrunner, wodurch ich ein bisschen merkiger. This info is about to be worth a lot more in the next few days. And what, I'm supposed to take your word for it? He makes eye contact. Hesitates. Fine, I'll speculate. But only because I can find you if it doesn't pan out. 2500 with no more. 2500, juhu! Okay, so. Das lief doch mal wieder super. Und von daher werden wir jetzt wohl beim nächsten Mal einen kleinen Shadowrun-Aufsatz machen und ein bisschen vielleicht sogar neue Ausrüstung kriegen. Ob das alles zu klappen wird, finden wir uns beim nächsten Mal raus. Mein Name ist Alex, bis dahin! антma Mixi chrink.